Hier präsentieren wir die 5 besten Sandkästen-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Starten Nummer 5, Sun Sandkastenschiff aus Massivholz mit Sitzbank. Dieser Sandkasten von Sun wird zu einem wahren E-Mühe-Catcher in eurem Garten im Schiff-Design konstruiert, besteht der Sandkasten aus Holz. Er besitzt eine Sitzbank und ein integriertes Staufach, Dachsegel als Sternenhimmel sowie viel Zubehör. Er wurde aus hochwertigem kanadischen Massivholz mit Wellendruck produziert, der Rehling ist aus einer weißen Kortel. Das drehbare Steuerrad und die Flagge sind die besonderen Merkmale der Sandkiste XL von Sun. Der Sternenhimmel dient als Dachsegel und bietet den Kindern einen guten Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung. Damit der Sand von unten nicht feucht wird, kann man zusätzlich ein Bodenvlies unterlegen. Nummer 4, Sandkasten mit Sitzbank und Dach. Der Sandkasten mit Sitzbank und Dach von Josef Steiner ist ein bunter Holz-Sandkasten, der sich für eure Kinder ideal als eine Spielstelle eignet und sich ausgezeichnet in jedem Garten präsentiert. Er wurde aus getrocknetem Holz hergestellt, ist glatt gehobelt und somit enthält er keine Holzsplitter. Der Sandkasten ist sehr solide, robust, kindersicher und montageleicht. Die Aufbaueinleitung und Montagezubehör ist im Gesamtpaket enthalten. Halbzeit unserer Liste Nummer 3, Habau Sandkasten mit Deckel und Bank. Der Habau Sandkasten ist ein praktisches Spielzeug, das sich ideal in eurem Garten präsentiert und bietet in den Sommermonaten eine wunderbare Spielgelegenheit für die Kinder. Dank der imposanten Größe können auch mehrere Kinder gleichzeitig darin spielen. Sein Deckel bietet nicht nur den optimalen Schutz vor Regen, Laub oder Schmutz, sondern auch vor Tieren, die den Sandkasten verunreinigen könnten. Beim Aufklappen des Deckels entstehen auf zwei Seiten bequeme Sitzbänke mit Rückenlehnen. Der Sandkasten wurde aus unbehandelter Kiefer hergestellt, die äußerst witterungsbeständig ist. Nummer 2, BIC Sandkasten mit Abdeckung. Die breiten Seitenflächen des Sandkastens von BIC bieten eine bequeme Sitzgelegenheit für Erwachsene und Kinder. Die abgerundeten Ecken garantieren zudem die höchste Sicherheit. Der bunte Kunststoff ist wetterfest und UV-stabilisiert und kann effektiv jedem Wetter ohne zu verblassen oder brüchig zu werden trotzen. Dieser Sandkasten ist ganz leicht in der Montage mit nur wenigen Handgriffen kann man den robusten Sandkasten mit dem mitgelieferten BIC-Schraubschlüssel schnell aufbauen oder wieder in vier leicht lagerbare Teile zerlegen. Dieses Produkt ist von höchster Qualität und gemäß den strengen Richtlinien für geprüfte Sicherheit GS getestet mit BIC-Gütepass und BIC-3-Jahres-Garantie. Und die Nummer 1 unserer Liste. KIT Kraft Piratenschiff Sandkasten Ein Traum für die kleinen Piraten. Die kleinen werden von diesem Piratenschiff Sandkasten von KIT Kraft begeistert sein. Der Sandkasten besitzt ein großes, buntes Dach, um die Kinder vor UV-Strahlung zu schützen. Dieser Sandkasten im Piratenschiff-Design ist zudem mit einem praktischen, versteckten Stauraum ausgestattet. Er besitzt auch Sitzgelegenheiten, ein sich drehendes Steuerrad und sogar eine Piratenflecke. Eine Kunststoffplane ist ebenfalls enthalten und wird unter dem Sandkasten ausgelegt. Der Sandkasten reicht von der Größe für eine ganze Piraten-Crew. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.